Topro's Rollatorenfamilie hat Zuwachs bekommen. Neben dem Original Topro Troja und dem Naturburschen Topro Olympos bringt das norwegische Unternehmen jetzt den Troja 2G, die zweite Generation, auf den Markt. Dieser Premium-Rollator setzt neue Standards bei Komfort und Sicherheit. Der Topro Troja 2G ist die konsequente Weiterentwicklung des Stiftung-Warentest-Siegers Topro Troja. Wir gehen auf Ihre Kundenwünsche ein. Der neue 2G hat bessere Hand- und Stützgriffe sowie einfach wechselbare Räder für noch mehr aktive und passive Sicherheit. Der Topro Troja 2G mit seinem guten 7 Kilo lässt sich kinderleicht mit zwei Handgriffen aufbauen. Durch die integrierte Memory-Funktion des Topro Troja 2G lässt sich Ihre Griffhöhe so voreinstellen, dass der Troja die Griffhöhe immer wieder findet. Egal, wie oft der Troja verladen wird. Bitte denken Sie am Ende der Einstellung an das Fixieren beider Schrauben. Damit Sie aufrecht und sicher im Rollator laufen können, ist es wichtig, dass die korrekte Griffhöhe eingestellt ist. Das Laufen, was man am häufigsten sieht, ist mit gebückter Haltung. In dieser Position können Sie im Notfall sich nicht sicher abstützen. Die korrekte Griffhöhe wird gefunden, indem Sie sich in den Rollator reinstellen, die Ellbogen leicht beugen, die Hahnflächen nach oben ziehen. Der Daumenballen gibt jetzt die Höhe vor, auf der der Griff fixiert sein sollte. Die Topro-Einkaufstasche ist leicht abnehmbar. Beim Wiederanbringen an die Tragegriffe des Trojas hört man ein Klickgeräusch. An der hellen Innenseite befinden sich Taschen zur Verstauung von kleineren Gegenständen wie Schlüssel. Ausgelaufene Flüssigkeiten finden ihren Weg durch die beiden Löcher am Boden der Tasche. Darüber hinaus ist der Korb bei 40 Grad waschbar und somit sehr pflegeleicht. Die einfachere, aber ebenso praktische Variante bietet das Einkaufsnetz. All unsere Rollatoren sind mit Ankipphilfen auf beiden Seiten ausgestattet. Bei dem Toprotroia 2G haben wir die Ankipphilfe verbreitert, sodass das Überwinden von Hindernissen noch einfacher wird. Sie können beide Hände am Rollator belassen, fahren dazu an ein Hindernis heran, bremsen, platzieren einen Fuß auf der Ankipphilfe, dadurch kippt der Rollator vorne hoch und das Hindernis kann sicher genommen werden. Um die Sicherheit zu erhöhen, haben wir sechs Reflektoren an dem Troja 2G angebracht. Je zwei vorne und seitlich, als auch an der Einkaufstasche. Hinten befinden sich zwei rote Reflektoren. Somit wird man von allen Seiten gut gesehen. Zur Grundausstattung des 2G gehört auch eine Klingel, mit der Sie sich in der lauten Alltagsumgebung Gehör verschaffen können. Ist der intelligente LED-Alarm aktiviert, leuchtet das rote Licht. Jetzt schaltet sich bei Bewegung und Dämmerung das weiße LED-Licht automatisch an. Wenn Sie für längere Zeit anhalten und den Rollator nicht mehr nutzen, geht der LED-Alarm in den Ruhezustand. Kippt der Troja 2G zum Beispiel im Falle eines Sturzes, ertönt ein Hilfesignal. Besonders stolz sind wir auf die Entwicklung unseres Ergogrips, der jetzt über einen Knauf verfügt. Dieser Knauf kann Ihnen beim Aufstehen helfen und auch beim Gehen im Rollator. Zum Aufstehen fahren Sie den Rollator an sich heran, betätigen die Bremse, ergreifen den Knauf und stützen sich dann sicher nach oben. Der Ergogrip bietet Ihnen viele Möglichkeiten beim Schieben des Rollators. Sie können ihn nutzen wie einen normalen Rollatorgriff oder aber Sie greifen oben am Knauf, wodurch Sie automatisch aufrechter und im Rollator laufen. Beim Sitzen auf dem Rollator bietet er Ihnen die Möglichkeit, den Arm bequem abzulegen und aufgrund seiner ergonomischen Winkel vereinfacht er Ihnen das Aufstehen. Der aus zwei Teilen bestehende Topro Ergogrip verbindet Stabilität mit ergonomischer Spitzenklasse. Der äußere Teil besteht aus einer hautfreundlichen, weichen, Anti-Rutsch-Gummierung. Getestet mit 120 Kilogramm schweren Gewichten, die auf dem Laufband auf den Troja 200.000 Mal drücken, sorgt der innere Teil des Ergogrips für die notwendige Sicherheit und Stabilität. Innovative Ergonomie für ihren Stützkomfort und ihre Aufstehsicherheit, getestet vom TÜV Süd in Hannover. Der Troja 2G ist der erste Premium-Modulator im Markt, wo wir ganz einfach die Bereifung wechseln können. Wir bieten die breite, laufstabile Bereifung an für ebene Wege oder alternativ die Softgummibereifung für unebene Wege, wie zum Beispiel Kopfsteinpflaster. Außerdem schont die neue Komfortbereifung auch Ihre Hand- und Schultergelenke. Ist der so fixiert, ist der Troja 2G unglaubliche 24 Zentimeter schmal und lässt sich auch nicht mehr aufklammen. Der Toppro Troja 2G ist ausschließlich im qualifizierten Fachhandel erhältlich. Schauen Sie einfach mal in Ihrem Sanitätshaus vorbei, testen Sie ihn und lassen Sie sich beraten. Auf der Toppro Website www.toppro.de finden Sie neben den Anschriften der Geschäfte viele lesenswerte Details zum Troja 2G, unter anderem, wie Sie Ihren Begleiter individualisieren können.